Wieso? Wieso? Naja, wenn einer peist, kann es fangen. Peist kann er bei dem Gewitter. So nicht? Weil es noch nie so war. Ich bin natürlich auch noch rausgekommen. Hä? Wenn ich hier rausgekommen habe, kann ich aber kein Pfannen. Ja, aber wenn es dort hinten blieb, hebe ich an. So? Nein. Wenn ich jetzt renne, hebe ich auch. Sicher? Ja. So, abseits von dem momentan vorherrschenden, Kleinhoden-Gangster-Gehabe, was da momentan in der Kapfen-Szene immer mehr voran drückt. Peinliche Aktionen mit öffentlichen Darstellungen im Facebook und Sondergleichen sind für mich als Pusses. Sinnvoll ist vielleicht ein dehnbarer Begriff. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt sagen, es ist fertig. Die Bibel der Finsternis. Das Necronomicon der Fischerei. Es ist soweit. 327 Seiten anglerische Grenzphilosophie. Was soll mir viel sagen? Es ist fertig. 327 Seiten, die ich vernünftigst. Über 170 Fotos. Die ganze Geschichte schaut so aus. Ja. Fette Fotos. Fette Geschichten. Vom Feinsten. Am Rande des Irrsinns. Was soll mir viel sagen? Wahrscheinlich habt ihr ihr euer ganzes Leben noch nie sinnvoller Geld für irgendwas ausgeben. Dann kann ich einfach nur sagen, das ist eure Chance. Viel gibt es nicht. Und eins schwöre ich euch, wenn ihr das fertig habt, seid ihr mit Sicherheit kein besserer Mensch. Auch kein besserer Fischer. Aber ihr seid vielleicht die ganze Fischerei und diese ganzen peinlichen Figuren auch mit einem richtigen Licht. Alles dann kann ich nur sagen. Hang loose. Tight Lines. Sludge Fishing. So schaut es nämlich aus. Und ahnungslos. Auf der Suche nach der Logik. Mehr ist zwar nicht zu sagen. Wie man an so ein Werk des Wahnsinns kommen kann, könnt ihr euch genau auf meiner Homepage ablesen. Das wäre www.sludgefishing.com Bis jetzt vermutlich gleich da irgendwo eingeblendet ist. Wenn ich es nicht vergiss natürlich. Zum Einblenden. Also dann Burschen. Mehr ist nicht zu sagen. Gehört alle von euch eure eigenen Tiere. Schaut nicht so sehr auf die anderen Leute. Und kauft das Buch. Ihr werdet es nicht enttäuscht sein. Es ist viel Spaß und das ist im Endeffekt das, was unsere Kapfenfischerei ausmacht. Good luck. Have fun. Tight Lines. Ahnungslos. Bis bald Burschen. Habe die Ehre. Ever notice how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with? That's me. Thank you. курier Staffel Vielen Dank.